Yes, I'm listening. Zurück zur Flüchtlingspolitik. Mich würde interessieren, ob es Absicht ist, dass die Bundesregierung gerade im Grunde bipolar agiert. Auf der einen Seite die Kanzlerin zeigt das freundliche Gesicht der Bundesregierung. Sie sagt, Flüchtlinge, sie heißt Flüchtlinge willkommen, ist dafür eine positive Stimmung zu verbreiten. Und gleichzeitig, ich sage, de Maizière scheint so ein bisschen die hässliche Fratze der Asylpolitik zu sein, indem er die Abschiebung beschleunigen will, das Asylbewerbergesetz verschärft. Da würde mich interessieren, ist das Absicht von Ihnen? Den Ausdruck, den Sie da im Zusammenhang mit dem Bundesinnenminister verwenden, weise ich scharf zurück. Und ansonsten möchte ich Sie gerne auf die Regierungs- oder auf die Ansprache der Bundeskanzlerin im Bundestag in der vergangenen Woche leiten. Erster Punkt, diejenigen, die als Asylsuchende zu uns kommen oder als Kriegsflüchtlinge anerkannt werden, brauchen unsere Hilfe, damit sie sich schnell integrieren können. Zweitens, diejenigen, die nicht vor politischer Verfolgung oder Krieg flüchten, sondern aus wirtschaftlicher Not zu uns kommen, werden nicht in Deutschland bleiben können. Und da sehen Sie bereits, dass es immer diese beiden Stränge gibt. Wir wollen denjenigen helfen, die nach unseren Gesetzen Schutz bedürftig sind und ein Anrecht auf Schutz haben. Das ist eine Zahl von Hunderttausenden. Wir tun als Staat und als Gesellschaft, was wir können, um dieser humanitären wie rechtlichen Verpflichtung gerecht zu werden. Und wir sagen gleichzeitig sehr klar, dass diejenigen, die nach unseren Gesetzen diesen Schutzanspruch nicht haben, nicht werden in Deutschland bleiben können. Das heißt nicht, dass sie nicht genauso menschenwürdig behandelt werden. Und ich glaube, das wird auch genauso getan. Aber sie haben keinen dauerhaften Bleibeanspruch in Deutschland. Und auch dies ist ein Teil unserer Politik in dieser Flüchtlingskrise. Das ist im Übrigen etwas, was die gesamte Bundesregierung eint. Sie haben gerade betont, dass es auf jeden Fall Asyl für politisch Verfolgte gibt. Und die Kanzlerin hat ja auch gesagt, wir dürfen Menschen, die Asyl suchen, nicht im Stich lassen. Dann würde mich interessieren, warum lässt die Bundesregierung Edward Snowden im Stich? Das ist ein politisch Verfolgter, der in Deutschland Asyl sucht und kein Asyl bekommen soll. Diese Debatte haben wir hier im vergangenen Jahr über Wochen und Monate geführt. Ich verweise auf all das, was wir hier als Sprecher der Bundesregierung zu diesem Thema bereits gesagt haben. Einen neuen Aspekt sehe ich da nicht.